Ja, meine Damen und Herren, also wir hören ja immer wieder diese These von wegen, dass beim Krieg in der Ukraine die westliche Demokratie verteidigt wird. Dass Zelensky, der größte Demokrat auf dem gesamten Planeten, dort an der Front die westlichen Werte verteidigt. Dass die Existenz des sogenannten Freien Westens, der westlichen Demokratie in diesem Krieg auf dem Spiel steht. Und hier verstehe ich nur eine Sache bei dieser ganzen These nicht so ganz. Denn wenn wir jetzt mal in die Geschichtsbücher schauen, so stellen wir fest, dass ja bekanntlich das Territorium der heutigen Ukraine, also zumindest zum großen Teil, zum größten Teil, jahrhundertelang zum Russischen Reich und später dann zur Sowjetunion gehörte. Und irgendwie wüsste ich jetzt nicht, dass allein der Fakt, dass die russische Flagge irgendwie über Kiew wehte, dass das irgendwie den Westen in seiner Existenz eingeschränkt bzw. bedroht hat. Und mehr noch, ab dem Jahr 1945 standen ja bekanntlich russische, also sowjetische Truppen sogar unter anderem in Berlin. Und auch da hat ja bekanntlich der Westen, die westliche Demokratie durchaus auch existiert. Und man muss hier auch dazu sagen, auch gar nicht mal so schlecht existiert aus vielen verschiedenen Gründen. Also zum Teil bestimmt auch aufgrund des Mottos Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, weil man war noch zu der Zeit aufgrund eben dessen, dass die Sowjetunion, also der Ostblock direkt nebenan war, also mitten im Zentrum von Europa stand, also noch nicht mal im geografischen Zentrum, also aber ziemlich weit eben im Westen von Europa sich befunden hat. Und da war man eben von Seiten des Westens auch durchaus motiviert, zumindest bei sich auf dem eigenen Territorium, ein gutes Leben für die breite Masse der eigenen Bürger zu ermöglichen. Gut, davon abgesehen muss man auch dazu sagen, dass damals auch gerade im Westen auch ein ganz anderes Niveau an Führungspersönlichkeiten vorhanden war. Ja, aus Russlands, aus der Sicht der Sowjetunion waren das Gegner, Konkurrenten. Aber dennoch muss man das sagen, dass da ein ganz anderes Niveau eben der Staatsführer unter anderem vorgeherrscht hat, als es heute eben der Fall ist, also nicht wie die heutigen großen politischen Persönlichkeiten der Gegenwart, wie Präsident Putin ja die ein oder anderen Damen und Herren bezeichnet hat vor kurzem. Und die Russen, wie gesagt, standen ja gleichzeitig auch in Berlin. Ja, und ob jetzt Kiew zu Russland gehört, also zu Sowjetunion gehört oder nicht, das stand damals bekanntlich auch gar nicht zur Debatte. Darüber hat niemand auch nur ernsthaft nachgedacht. Von daher ist diese These, die ich eingangs genannt habe, die wir immer wieder hören in letzter Zeit, völlig schwachsinnig und von der Geschichte auch widerlegt. Dass also allein der Sachverhalt, dass die russischen Truppen sich in Kiew befinden oder die russische Flagge über Kiew weht, die Existenz des Westens, des demokratischen Westens in irgendeiner Form bedroht. In der heutigen Situation allerdings würde ich dieser These allerdings teilweise zumindest zustimmen, was sich aber die westliche Elite selbst eingebrockt hat. Worauf will ich hier hinaus? Vor allem hat sich die westliche Elite das eingebrockt durch die großen Töne, die sie gespuckt hat vor den Augen der gesamten Welt. Ja, in den ganzen letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren, dass sie alles daran setzen wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, dass man Russland eine strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zufügen will. Und irgendwann letztes Jahr, ich glaube im Herbst ungefähr muss das gewesen sein, sagte unter anderem auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sinngemäß, dass wenn Russland gewinnen sollte, wäre es eine Niederlage für die gesamte NATO. Und danach sieht das jetzt momentan auch auf jeden Fall aus, dass genau das auch so eintritt. Also selbst wenn jetzt an den Fronten alles so bleibt, wie es ist, dass die russische Armee in Zukunft keine weiteren Gebiete irgendwie einnehmen wird, wäre es ja trotzdem unterm Strich ein Sieg für Russland, da eben Russland dann oder nach jetzigem Stand mehr Territorien kontrolliert, als es vor dem 24. Februar 2022 der Fall war. Ja, und was würde somit bedeuten, laut Stoltenberg, dass es sich dann um eine Niederlage handeln würde der NATO und somit auch des Westens mit den entsprechenden Folgen und Konsequenzen für den Westen. Denn die nicht-westliche Welt, also die Mehrheit der Welt, wie sie jetzt immer wieder Präsident Putin und Lavrov immer wieder bezeichnen, die würde das sehen und sie würde dann auch automatisch spüren, dass der Westen schwach ist und sich logischerweise auch immer mehr vom Westen distanzieren. Ja, das ist ungefähr so, wie in der kriminellen Welt beispielsweise, wenn irgendjemand, irgendein Bandit jetzt ein Stadtviertel kontrolliert und von allen Läden, Geschäften und so weiter Schutzgeld erpresst, alle Angst haben vor ihm, alle zahlen und so weiter und plötzlich kommt auf einmal jemand, der sich diesem Bandit entgegenstellt und vor allen Augen ihm irgendwie auf offener Straße eine Backpfeife gibt, dann würden auch die anderen Geschäftsleute, die vorher Angst hatten, die vorher gezahlt haben, auch automatisch etwas mutiger werden und vielleicht dann nicht mehr zahlen. Zumindest würde es deutlich schwerer werden, schwieriger werden und komplizierter werden, eben dieses Schutzgeld, was die Leute vorher brav gezahlt haben, dann entsprechend einzutreiben. Und genauso ist es übrigens auch in der globalen Politik. Also ganz davon abgesehen funktionieren ja viele Prozesse in der globalen Geopolitik ziemlich ähnlich wie jetzt in der kriminellen Welt, wenn wir das jetzt mal objektiv betrachten. Denn der Wohlstand und der Reichtum des Westens basiert ja in einem nicht unerheblichen Teil darauf, dass der Westen den Rest der Welt, also die nicht westliche Welt, den globalen Süden, den globalen Osten und so weiter, ausplündert im Rahmen ihres neokolonialen Systems, was sie in der Welt etabliert haben. Und wenn die Kolonien erst mal anfangen, sich zu erheben, anfangen, Stück für Stück immer unabhängiger zu werden und nachher irgendwann auch kein Schutzgeld mehr an den Westen zahlen, das wird dann wirklich eine Bedrohung sein, sogar eine existenzielle Bedrohung für den Westen. Also nochmal, nicht der Sachverhalt, dass Russland irgendwie rein hypothetisch Kiew einnimmt oder dann irgendwann die russische Armee an der polnischen Grenze steht, bedroht den Westen in seiner Existenz. Sondern die Bedrohung besteht darin, dass die westlichen Eliten sich so weit in dieses ganze Thema reingesteigert haben, so weit da reingegangen sind, so tief in dieser ganzen Sache drinstecken, dass sie da jetzt nicht mehr lebend rauskommen. Und die Konsequenzen einer Niederlage des Westens, des kollektiven Westens, der NATO gegen Russland, würde tatsächlich dazu führen, dass das neokoloniale System des Westens in seinen Grundfesten erschüttert werden könnte, was dann wirklich, wie gesagt, die Existenz des Westens, zumindest so wie wir den Westen kennen, offensichtlich in Frage stellt und wirklich akut bedroht. Das war es erstmal für heute. Das wollte ich einmal so als Analyse hier mal kurz darstellen. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.